Sag nicht, ich will da aber nicht rein. Okay, jetzt nochmal gucken. Also, wir müssen nach einem Helm, so wie es aussieht, und nach einem Flachmann die Augen offen halten. Ja, in die Richtung kommt... ... und ich nicht mehr weiter. Also muss es hier oben wohl. Ah, jetzt habe ich dich da hochgeschickt. Okay. Äh, da führt zwar ein Weg nach hinten, ich probiere es einfach, aber ich schätze mal, ich sterbe da. Nee, da kann ich eh nicht hin. Okay. Dann gehen wir nach oben. Da könnte ich heute jetzt wieder nach hinten gehen. Der ist auch schon nach hinten gegangen. Ja, und ich, was soll ich machen? Ich komme da nirgends hinter. Da komme ich nicht hin. Gibt es da oben einen Weg in die zweite Ebene? Habe ich irgendwas verpasst? Ach, da geht's nach unten. Jetzt. Das zieht wieder mal nicht gut aus. Da liegt eine Gitarre. Ja, da kommt Volt aber auch nicht hin. Da hat doch was geklingelt. Ich dachte, da hat was geblinkt. Also ich komme hier nicht weiter. Da kommt nur Volt durch, aber dazu brauche ich wohl wieder irgendwas aus der anderen Ebene. Da kommt wieder ein Rätselchen. So, mit dem können wir erst mal gar nichts anstellen. Ich komme da auch nicht weiter. Also Volt, dann weiß mal da durch, so wie das aussieht. Ach, du ziehst das. Okay, und jetzt? Muss ich mich da drunter stellen, dass du das ziehst? Hat auch wieder gar nichts gebracht. Ich habe nichts zu werfen, oder? Da liegt doch was. Okay, da haben wir den... Ja, doch, siehste, Flachmann. Ein Flachmann konnte unauffällig in einer Hosen- oder Jackentasche verschwinden und enthielt gewöhnlich etwas Hochprozentiges, um dem Soldaten den nötigen Kick zu geben, bevor er in die Schlacht zog oder nachdem er aus einer Gefahrensituation zurückkehrte. Hier fehlt uns jetzt noch ein Helm. Ja, blöde Taube. Hm. Das bringt hier alles irgendwie nichts. Jetzt ist mir das Seil wieder nach unten gefallen. Ich kann da aber auch nichts aufhängen. Ich darf nichts. Okay. Nein, das hat auch wieder nichts gebracht. Ach. So geht's. Okay. Und das ist jetzt eine Gasmaske für den Hund. Ja, ich hab's gewusst. Oh Gott, nee. Gab's das wirklich? Oder ist das jetzt eine Erfindung von Uri? So, jetzt bringst du mir meine Gasmaske. Genau. Komm her, komm her, komm her. Hm, gut, Herr Junge. Hey, Halt! Da hinten gibt's nichts mehr. Jetzt kann ich dann aber wohl oben in die andere Ebene zurück. Na, da ist jetzt alles voll mit Giftgas. Das ist aber nicht gut. Aber wir haben ja jetzt zum Glück unsere Gasmaske. So, ja, genau, jetzt bin ich. Wo bin ich denn jetzt? Es geht gar nichts mehr. Doch, ich bin ja. Ich bin ja. Ja, ich bin ja. Dann bin ich ja, muss ich mal sehen.